ein bisschen gras gefällig nein hier geht es natürlich nicht um gras trauchen es geht auch nicht nur um brokkoli essen es geht um gesunde vegane fitness ernährung wie du endlich deine ziele erreicht gesund vegan essen kannst und noch dabei mega gut genießen kannst immer gut aussiehst schlank bleibt und auch ein bisschen muskulatur aufbaust und seit sieben jahren beschäftige ich mich damit habe das beste netzwerk rund um die welt aufgebaut zum thema vegane ernährung in verbindung mit fitness es geht darum wie du über vegane ernährung muskeln aufbauen kannst abnehmen kannst auch mal grüne säfte trinken kannst aber eigentlich ein ganz tolles nachhaltiges leben führen kannst und dafür stehe ich und bevor du jetzt gleich meine transformation sehen kannst vom ja ich sag mal alles esser mit wohlstandsbauch hin zum definierten mr broccoli wünsche ich dir jetzt schon mal viel viel spaß mit den videos ich stelle dir auch unternehmen vor in diesem kanal und ich stelle dir vor wie du in zukunft gesund und vegan leben kannst viel viel spaß und wenn man nachvollzieht und viel spaß mit dem Untertitelung des ZDF, 2020